Servus Leute, hier ist der Dennis und ich begrüße euch ganz herzlich hier wieder zurück zu einer weiteren Episode der FIFA 16 Karriere mit dem FC Liverpool. Ja Leute, in der letzten Episode hatten wir die Spiele zu Gast bei West Ham United, welches wir erfolgreich mit 2 zu 0 gewonnen haben. Sunderland in der Simulation ebenfalls mit 4 zu 1 geschlagen und das erste Spiel in der letzten Episode zu Gast bei Juventus Turin verlief nicht so erfolgreich muss man sagen. Also ich habe da schon nicht unbedingt im Sieg gerechnet, weil es auch zu Gast in Italien war, aber die Niederlage war schon bitter, weil wir die Möglichkeit hatten das Unentschieden zu machen, es aber letztendlich nicht gemacht haben. Was sehr schade ist, aber nun ja mit einer Niederlage muss man jetzt auch nun mal in der Champions League leben. Kann man denke ich mal machen gegen Juventus Turin, also da ist es jetzt denke ich mal nicht so peinlich zu verlieren, besonders wenn man zu Gast gespielt hat, also da muss man sich jetzt irgendwie keine Vorwürfe machen. Somit sieht die momentane Tabellensituation in der Gruppe A in der Champions League, wo wir uns drin befinden, zusammen mit eben gerade angesprochen Juventus Turin, Borussia Mönchelladbach und Ajax Amsterdam so aus, dass wir auf jeden Fall sicher in die K.O.-Phase kommen, aber punktgleich mit Juventus Turin um den Sieg in der Gruppe A kämpfen. Also Gladbach ist da wirklich komplett raus, genauso wie Ajax Amsterdam, die beiden kämpfen vielleicht auch wirklich nur darum, wer dann letztendlich den dritten Platz in die Europa League dann bekommt. Also Juventus und wir als FC Liverpool sind da wirklich schon sicher in die K.O.-Phase hineingezogen. Nur die Frage ist, welcher dieser beiden Mannschaften es dann letztendlich einfacher haben wird mit Platz 1. Wenn wir auf D1 kommen sollten in der Gruppe, dann wird es so sein, dass wir in der K.O.-Phase einen Gruppenzweiten bekommen werden, was natürlich auch nicht heißen soll, dass es dann ein komplett leichter Gegner werden wird. Also in der Europa League sind wir ja schon in der ersten K.O.-Phase-Runde ausgeschieden gegen Olympique Magé. Okay, deswegen könnte es einfacher werden, aber es könnte auch ein sehr schwerer Gegner werden. Man kann jetzt auch mal gerne in die Gruppen hineinschauen. Wer ist da so momentan Zweiter? Der FC Bayern, sieht man hier schon direkt, der FC Bayern ist momentan Zweiter in der Gruppe B mit dem AC Milan, Fenerbahce und Olympiakos. Dann Manchester United als Zweiter, also da merkt man schon, es wird auch nicht einfach, wenn wir Erster werden sollten. Dortmund wäre dann auch noch ein potenzieller Gegner. Atletico Madrid, Benfica Lissabon, Bejiktas, was vielleicht auch ein etwas einfacheres Los wäre. Real Madrid, also man merkt hier schon, die momentanigen Vereine auf den zweiten Gruppenplätzen sind wirklich mehr als nur schwer. Bayern, Manchester United und Real Madrid besonders, aber auch Atletico und Dortmund sind wirklich mega starke Gegner, die man dann bekommen könnte als Gruppenerster. Aber man muss da wirklich von Losglück ausgehen. Wenn wir da irgendwie Bejiktas bekommen sollten, wären wir mega im Glück, aber wenn wir dann wirklich Real Madrid, Bayern oder Manchester United bekommen, wären wir halt mega im Pech. Und da wäre es auch, denke ich mal, nicht schlimm, wenn wir wirklich im Achtelfinale ausscheiden sollten. Übrigens wird in der heutigen Episode wirklich mehr simuliert, einfach aus dem Grund, weil in der nächsten Episode es dann wirklich schon losgehen würde mit der Wintertransferphase. Deswegen habe ich mir vorgenommen, jetzt bin ich hier raus aus dem Kalender gegangen, den kompletten Monat Dezember in die heutige Episode mit aufzunehmen. Das heißt, wir werden die Spiele gegen Ajax, Queen's Park Rangers, zweimal dann gegen Bournemouth simulieren und die Spiele gegen Arsenal und Swansea City werden in der heutigen Episode gespielt werden. Und das heißt, wenn in der nächsten Episode die Transfers dann letztendlich drangenommen werden, heißt das schon mal, dass ihr unter der heutigen Episode dann in den Kommentaren gerne schon mal wieder Transfervorschläge machen könnt. Und ich bitte euch jetzt einfach mal darum zuzuhören, was für Spieler wir brauchen, denn wer sich noch an das letzte Transferfolgenvideo, wie man das auch immer nennen kann, auf jeden Fall, an das letzte Video hier auf dem Kanal in einem Karrieremodus in der Transferphase erinnern kann. So kann man es, denke ich mal, ausdrücken. Da kann sich, denke ich mal, daran erinnern, dass da wirklich Vorschläge kamen in der Bayern-Karriere, die wirklich null mit meinen quasi Forderungen, mit meinen Zielen für die Transfers zu tun hatten. Also da kamen wirklich Spieler zusammen, die wir einfach gar nicht brauchten bei der Bayern-Karriere, auch irgendwelche Kommentare, wo einfach nur irgendwelche Spieler mit viel Potenzial drin standen. Also wirklich bitte jetzt mal zuhören, einfach dann Spieler reinschreiben, die wirklich in dieses Profil hineinpassen. Wir brauchen nämlich erstmal einen neuen Rechtsflügel, denn Lazar Markovic hat sich letztendlich als, ja, nicht unbedingt Stammkraft bewiesen. Ich denke mal, als Backup ist er eine super Option, aber als Stammspieler ist das, denke ich mal, nicht so gut. Was vielleicht auch an der momentanigen Leistung von einem Roberto Firmino, Christian Metteke, Coutinho oder Marco Reus liegen kann. Denn die vier sind momentan richtig am Aufdrehen, was die Leistung betrifft. Besonders Roberto Firmino, die Überraschung der Saison mit wirklich vielen Toren und vielen Assists. Also das gefällt mir momentan mega gut mit dem 25-jährigen Brasileaner. Und da wäre auf jeden Fall eine neue Stammkraft für den rechten Flügel. Auf jeden Fall eine sehr gute Neuverpflichtung. Ansonsten würde ich dann vielleicht noch in der Innenverteidigung anstelle von Mamadou Saku einen neuen Spieler suchen. Einen Weltklasse-Innenverteidiger wäre nicht schlecht für den FC Liverpool. Genauso wie für die Linksverteidiger-Position, wo wir gerne auch mal was wieder in Richtung Weltklasse brauchen. Williams ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber eine 80er-Gesamtbewertung entwickelt sich jetzt nicht so gut hier beim FC Liverpool. Deswegen wäre da wirklich eine richtig starke Stammkraft, die wirklich Weltklasse ist. Für die Linksverteidiger-Position angebracht genau das gleiche gilt für die Innenverteidigung, sowie auch für den rechten Flügel. Also das heißt wirklich, wir suchen Weltklasse-Spieler für den rechten Flügel, für die Innenverteidigung, sowie auch für die Linksverteidigung. Das heißt natürlich auch, dass einige Spieler verkauft werden, wie ein Saku bei Williams, muss ich jetzt mir, um ehrlich zu sein, noch überlegen. Aber auch Spieler wie Ross Barclay, Gabriel, der momentan auch noch nicht so glücklich ist beim FC Liverpool, könnten dann vielleicht in der Winter-Transferphase verkauft werden und dann letztendlich auf unser Budget noch dazukommen. Wir haben momentan 74,7 Millionen, die wir hier an Transferbudget haben. Wenn wir dann durch die Gruppenphase kommen, dann könnten es auch schon knapp 60 Millionen sein. Also wir haben auf jeden Fall einiges an Möglichkeiten im Budget. Schreibt mir auf jeden Fall gerne eure Transfervorschläge unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir gehen in die erste Simulation hinein, nämlich das Heimspiel. Das letzte Spiel in der Champions-League-Gruppenphase gegen Ajax Amsterdam, heim an der Anfield-Road. Der Gruppenletzte, vielleicht jetzt hier die größte Hürde am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase. Marquinhos tatsächlich mit glattrot. Übrigens eine neue Ausstellung, Coutinho mit dem 1-0 in der 24. Minute. Firmino mit dem 2-0, also das läuft hier mega gut. Firmino momentan in der Champions-League einer der Top-Torschützen. Henderson kommt für Reus rein, nochmal ein bisschen mehr Stabilität. Coutinho mit einem Doppelpack. Sako auch mit rot. Was geht denn hier ab? Beide Innenverteidiger von Anfang an heute mit glattroten Karten. Einmal Marquinhos und einmal Sako. Aber das komischere ist, dass wir das Spiel einfach trotzdem mit 3-0 gewonnen haben. Durch einen Doppelpack von Felipe Coutinho und einem Tor von Roberto Firmino. Also da sind wir, muss ich sagen, nochmal glimpflich davongekommen. Ich meine, mit zwei roten Karten und es waren dann auch wirklich zwei, die beiden Innenverteidiger. Das ist schon mehr als nur bitter. Und dass wir dann noch 3-0 gewinnen, ziemlich peinlich für Ajax Amsterdam. Die da aber, denke ich mal, auch nicht mit großer Motivation reingegangen sind als Gruppenletzter Sohn. Das nächste Spiel jetzt in der Liga gegen QPR. Alp in der dritten Minute mit dem 1-0. Bisschen Rotation angesagt. Vorne mit Ings, Alp und Origi. Can auch wieder von Anfang an. Dreierkette nun mit Klein, Varane und Stefan Devray. Ings mit dem 2-0. Also das läuft hier mega gut. Aber gegen QPR, da erwartet man natürlich auch so ein Ergebnis. Marco Reus mit dem nächsten Treffer in der Premier League. Mit Treffer Nummer 6 oder 7 müsste es jetzt sein. In der 60. Minute. Und das Spiel gegen QPR mit 3-0 gewonnen. Sehr starkes Ergebnis. Tore durch Danny Ings, Jordan Eib und Marco Reus. Simulieren und das zu Gast ist immer ein heikles Thema. Deswegen jetzt hier auch mal wieder die absolute Stammelf am Start. Mit ein paar kleinen Änderungen im Zentralmittelfeld. Haben wir anstelle von Cavallo. Und Henderson haben wir Henderson und James Milner. Das ist momentan eine zentrale Mittelfeld-Duo auch beim FC Liverpool. Rechts anstelle von Markovic, Nathaniel Klein und in der Dreierkette anstelle von... War da Nathaniel Klein beim letzten Spiel? Ich bin mir da nicht so sicher. Auf jeden Fall haben wir jetzt drei Innenverteidiger in der Dreierkette. Mit Marquinhos, Varane und Stefan Devray am Start. Also das ist die Ausstellung für das Spiel zu Gast beim AFC Bournemouth. Könnte wirklich ein sehr schweres Spiel werden. Mit dem Unentschieden könnte man schon sehr gut leben. Denn da kommt es nicht so auf den Gegner an. Wollen das mit dem 1 zu 0 für den Aufsteiger aus der letzten Saison, die sich tatsächlich gehalten haben in der Premier League. Reus verschießt dann auch noch ein Elfmeter. Klein aber mit dem 1 zu 1. Sehr bitter, es hätte jetzt auch schon 2 zu 1 stehen können. Aber damit kann man gut leben. Bitte kein 2 zu 1. Jetzt in den letzten 10 Minuten. 1 zu 1 zu Gast beim FC Bournemouth beim Aufsteiger der letzten Saison. Kann man denke ich mal sehr gut leben mit. Zu Gast in der Simulation, wie gesagt, ist es immer so ein heikles Thema. Da kann es ja auch mal wirklich schnell zu einer Niederlage enden. Deswegen kann man denke ich mal sehr gut leben mit einem Unentschieden beim AFC Bournemouth. So Leute, da kommen wir jetzt auch mal zum ersten gespielten Spiel. In der heutigen Episode, nämlich Heim an der Enfield Road, empfangen wir den FC Arsenal, der momentan in der Tabelle nicht unter den ersten 7 ist. Genau, ein Platz dahinter auf der 8 liegend. Also da ist momentan, denke ich mal, viel Druck bei der Mannschaft von Arsene Wenger, vom französischen Coach. Beim FC Arsenal, der ja glaube ich der längste Trainer in der Premier League bei einem Verein ist momentan. Beim FC Arsenal, da gab es ja auch noch lange Zeit den guten Sir Alex Ferguson. Aber da der ja jetzt mittlerweile im Ruhestand ist, war ja wirklich 20 Jahre durch und durch bei Manchester United, ist jetzt nun Arsene Wenger der Trainer, der am längsten bei einem Klub war, beziehungsweise bei einem Klub ist in der Premier League, nämlich beim FC Arsenal, gegen den es jetzt rangehen wird mit einer sehr starken Mannschaft, die wir hier ins Spiel hineinschicken. Also das ist dann wirklich wieder unsere absolute Stammelf. Mit Cavallo und daneben nicht Henderson, sondern Emre Can heute. Mit der Kapitänsbinde rechts dann Lazar Markovic, also so viel dann zu den Änderungen. Für das Spiel hier heim an der Enfield Road gegen den FC Arsenal. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn es euch gefällt, nicht vergessen, lasst den Daumen nach oben da für euch nur ein ganz kleiner Klick. Für mich eine sehr große Unterstützung. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Mit dem FC Liverpool und dem FC Arsenal trafen heute zwei absolute Top-Klubs der Premier League aufeinander. Beide Vereine haben ja nicht unbedingt immer das Ziel in den letzten Jahren gehabt, die Meisterschaft zu holen. Der FC Liverpool letztes Jahr war überraschenderweise mit der Meisterschaft und momentan auch auf einem sehr stabilem ersten Platz mit über 5 Punkten Vorsprung. Auf Manchester United sieht es momentan super aus für die Reds, die heute heim an der Enfield Road den FC Arsenal, die Gunners empfingen. Unter anderem mit Superstar aus Chile, Alexis Sanchez, der heute gegen eine unglaublich stabile Defensive ankommen muss. Beide Mannschaften auf den ersten zwei Rängen, was die Teams in der Defensive betrifft. Also Arsenal mit 13 Gegentoren, Liverpool mit einem Gegentor weniger, mit 12 Gegentoren. Was bei einer Ausstellung mit einer Dreierkette, die wir hier sehen können, mit Horn, Marquinhos, Varane und Stefan de Vray ziemlich ungewöhnlich ist. Da formen wir Markovic, Can, Cavallo, Reus, Roberto Firmino, Felipe Coutinho und Christian Benteke. Also der FC Liverpool macht hier wirklich keine halben Sachen, schickt natürlich die beste Elf im Spiel hinein gegen den FC Arsenal. Und hier die Ausstellung der Gäste aus dem Süden Englands mit Tschechien nur auf der Bank. Chesney von Anfang an, Debussy, Mertesacker, Gabriel und Gips davor Pastore im Mittelfeld. Neben Ramsey, Casola und vorne haben wir Walcott, Welbeck und Alexis Sanchez. Momentan brennt der Baum ja so ein bisschen beim FC Arsenal. Der Trainer Arsene Wenger gerät natürlich sehr in Kritik. Natürlich ist der FC Arsenal kein absoluter Meisterschaftskandidat. Das letzte Mal, glaube ich, 2004 die Meisterschaft geholt. Das sogar ohne eine Niederlage, unter anderem noch mit Thierry Ory beim FC Arsenal. Aber ein schwacher Achterplatz, das ist natürlich viel zu wenig. Da will man mindestens den Champions League Platz sehen beim FC Arsenal. Und dafür kämpfen die Garners. Momentan los geht es. Anstoß auf Seiten der Gäste. Liverpool in der ersten Halbzeit in Rot von links nach rechts. Und der Ball in die Mitte zu Ramsey und das Außennetz trifft er nur. Der Waliser. Übrigens, wenn man von Wales spricht, der nächste Gegner vom FC Liverpool. Swansea City kommt ja auch aus Wales. Also da auf jeden Fall den nächsten Gegner. Schon mal im Blick der Waliser. Ramsey hier mit dem Treffer an das Außennetz. Und Roberto Firmino. Unten ist viel Platz für Lazar Markovic. Ball nach hinten gespielt zu Emre Can. Das war, denke ich mal, auch nicht so geplant vom Serben. Hat er vielleicht noch mit einem Mannschaftskollegen im Rückraum gerechnet. Aber da stand nur Emre Can, der ziemlich weit vom Ball weg war. Der flexible deutsche Pastore. Ramsey wieder zum Argentinier. Ball ist noch gefährlich. Santi Casola zu Ramsey. Wieder Casola. Und der eigene Mann fälscht es tatsächlich ab. Abseits Position wird natürlich auch erkannt vom Linienrichter. Aber das ist mehr als nur bitter. Casola hat einen unglaublich guten Schuss. Das wäre auch, denke ich mal, sehr gefährlich gewesen. Aber der eigene Mann, der den Pass gespielt hat, blockt. Ist tatsächlich ja Pravia Pastore gekommen im letzten Jahr von PSG. Blockt hier tatsächlich den Schuss ab. Bessere Arbeit als die Verteidigung vom FC Liverpool gemacht hier. Sehr starke Leistung. Und jetzt Sanchez über links. Lazar Markovic muss da defensiv mitarbeiten. Kommt nicht hinterher gegen den schnellen Chilenen. Ball in die Mitte und Wellbeck am Tor vorbei. Am Passspiel hadert es noch. Hier zum Beispiel wieder William Cavallo. Aber Emre Can hier super den Ball erobert. Emre Can jetzt links. Ist viel Platz für Felipe Coutinho. Außen. Da steht er doch. Da steht Christian Betteke. Da ist das 1 zu 0 für den FC Liverpool. Und das alles andere als verdient. Aber es ist das 1 zu 0 kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Emre Can hier als Einleiter der Szene. Ball zu Coutinho. Und die Flanke dann super auf Christian Betteke. Der da alles andere als wirklich gedeckt wird. Von Kieran Gibbs. Auch Mertesacker bemerkt den Belgier. Alle Mannschaften nach nicht. Mit der Kapitänsbinde. Christian Betteke. Mit dem 1 zu 0. In der 45. Minute. In der gerade angebrochenen Nachspielzeit. Mit seinem 8. Saisontreffer. Sehr stark gemacht von Belgier. Beim FC Liverpool. Einer der Fanlieblinge. Aufpassen. Der Freistoß kann gefährlich werden. Santi Casola und Timo Horn. Der Ball war nicht unbedingt platziert. Aber immer noch sehr gefährlich. Für den deutschen Keeper. Vom 1. FC Köln gekommen. Ungefähr jetzt ein Jahr beim FC Liverpool. Und hat hier wirklich Paraden geleistet. Die man alles andere als erwartet hat. Von dem deutschen Keeper. Der noch sehr jung ist. Also viel Potenzial nach oben. Hat der gute Mann. Hier wieder eine super Tat geleistet. Er auch. Äh. Er auch ein Grund. Warum der FC Liverpool defensiv. So gut steht. Beziehungsweise so wenige Gegentore bekommt. Also der leistet da wirklich mega gute Arbeit. Vielleicht bald ein Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft. Und jetzt können es mal schnell gehen. Marco Reus gegen Pemertes Saka. Super Ball für Christian Benteke. Und der macht nicht das 2 zu 0. Schade. Wocek Czesny mit einer sehr starken Parade. Und Marco Reus. Wenn der hier mal wirklich zum Sprint ansetzt. Wenn der mal wirklich ins Dribbling reingeht. Dann müssen sich die Gegner tatsächlich mega fürchten. Hat man gerade gesehen. Die Vorarbeit für Christian Benteke. Mega stark. Und Francis Koklor kommt rein. Für Aaron Ramsey. Sehr komisch. Koklor da übrigens auch eine Zeit beim SC Freiburg in der Bundesliga verbracht hat. Mehr ein Sechser. Im Spiel von Arsene Wenger. Deswegen sehr komisch. Dass man den jetzt noch am Ende reinbringt. Obwohl man eigentlich mehr auf das 1 zu 0 gehen müsste. Jetzt der Ball nach hinten zu Jordan Henderson. Abgefälscht übers Tor. Oh super Ball in die Mitte für Mathieu Debussy. Aufpassen. Da kommt die Flanke. Und Varane super Einsatz. Giroud aus der Drehung. An den Pfosten ins Tor. Und der Last-Minute-Treffer für den FC Arsenal. Aber da bin ich mir nicht so sicher, ob das Ganze wirklich regelkonform war. Denn wie ein Raphael Varane da gerade gefoult wurde. Wenn wir es hier nochmal gleich in der Wiederholung sehen. Hier. Da wurde Varane eigentlich klar umgehauen. Von der Nummer 22. Und das müsste tatsächlich Francis Koklor sein. Mit der Nummer 22. Der da den eigenen Landsmann wirklich mega umgehauen hat. Und das ist bitter. Das ist bitter für den FC Liverpool. Hier nochmal in der letzten Sekunde. In der letzten Aktion hier im Spiel gegen den FC Arsenal. Das Gegentor zu kassieren. Olivier Giroud macht es. Sehr bitter eigentlich die zweite Halbzeit komplett im FC Arsenal. Nicht gehört. Eigentlich hat die komplette zweite Halbzeit. Eigentlich hat die komplette zweite Halbzeit den. Eigentlich hat die komplette zweite Halbzeit im FC Liverpool gehört. Aber in der letzten Aktion Olivier Giroud mit dem Ausgleich für die Garners. Und damit ein sicherer Punkt in der Tabelle. Ein gutes Zeichen. Wenn man immerhin gegen den Tabellenersten einen Punkt holen kann. Ist auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen für die Garners. Für den FC Arsenal. Sehr bitter für den FC Liverpool. Hier heim an der Enfield Road. Zwei Punkte liegen gelassen zu haben. Also ich würde mal sagen. Das ist mehr als nur eine B-Elf. Die hier von Anfang an spielen darf. Bis auf vielleicht Sakko, Klein, Willems und Torres. Sind das wirklich absolut hier die B-Elf Spieler. Die von Anfang an ran dürfen. Zu Gast in Swansea. Bei Swansea City. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem zweiten Spiel in der heutigen Episode. Nochmal Worte zum Spiel gegen Arsenal. Kann man denke ich mal nicht viel sagen. Sehr bitter. Eigentlich bin ich ja der Spieler der dafür bekannt ist. Immer in den letzten Sekunden. In der letzten Aktion das Tor zu machen. Aber diesmal kam es dann vielleicht wieder ein bisschen zurück. Wie man es ja so schön sagt. Karma Strikes Back. Also für die ganzen Aktionen in der letzten Sekunde. Haben wir diesmal auch das Last Minute Tor kassiert. Vom FC Arsenal. Sehr bitter. Aber nun ja. Wir müssen eben mit dem Kopf weiter nach oben. Zum nächsten Spiel schauen. Nehme ich zu Gast. Bei Swansea City im Liberty Stadium. Ich wünsche euch viel Spaß. Und los geht's. Keine Zeit zum Verschnaufen. Blieb dem FC Liverpool nach einem unglaublichen Shoutdown Heim an der Enfield Road. Wo man in der letzten Sekunde einen Last Minute Treffer von Olivier Giroud einstecken musste. Und somit leider nicht die drei Punkte mitnehmen konnte aus dem eigenen Stadion. War man heute zwei Tage nach diesem unglaublich Kräfte auf reißenden Spiel zu Gast. Beim momentan sehr stabilen Tabellenzehnten bei Swansea City in Wales. Im Liberty Stadium war man heute zu Gast und das alles andere als mit einer A11. Also wirklich vielleicht drei, vier Spieler kann man zur A11 vom FC Liverpool zählen. Ansonsten sind hier wirklich nur B11 Spieler am Start. Unter anderem Spieler wie Jordan Ibe, Danny Ings, Gabriel, Origi, Milner, Tiedemanns. Also man merkt schon an der Startausstellung vom FC Liverpool oder auch in der Dreierkette als Beispiel nur mit einem richtigen Innenverteidiger am Start. Mit Mamadou Saku. Links daneben haben wir Williams und rechts daneben Klein. Hier erstmal die Ausstellung von Swansea City, die komischerweise muss Lehrer im Tor haben. Also einiges investiert. Norton, Williams, Amat, Taylor, Shelby, Cork, Daya, Montero, Amnes und Eda davor. Also soviel zur Aufstellung der Gastgeber, zur Aufstellung der Valisa und hier die Aufstellung der Gäste mit Dragowski, Klein, Saku Williams, Gabriel Oliver Torres, Juri Thielemanns, James Milner, Divock Origi, Jordan Ibe und Danny Ings. Das Ganze im 3-4-3, wie gesagt in der Dreierkette. Ähnlich auch wie der FC Bayern, nur mit einem richtigen Innenverteidiger. Rechts daneben Klein, links haben wir dann Jethro Williams. Also soviel zur Aufstellung vom FC Liverpool. Kann auf jeden Fall heute ein sehr interessantes Spiel werden, da der FC Liverpool alles andere als mit Bestbesetzung hier angereist ist. In Wales, hier im Liberty Stadium. Los geht es jetzt aber auch mit dem Spiel. Anstoß für die Gastgeber Liverpool in den roten Trikots von rechts nach links. Und sehr starke Macht von Danny Ings nimmt Amat den Ball ab. Danny Ings, nur noch Fernando Muslera vor sich. Und der Uruguayer mit was für einer Parade. Danny Ings hatte da nur den Torwart vor sich. Aber man kennt, denke ich mal, die Stärken von einem Danny Ings im 1 gegen 1 gegen den Torhüter. Da hat er schon öfters nicht unbedingt die großen Nerven bewiesen. Die erste große Aktion hier im Spiel. Swansea, Liverpool auf Seiten der Gäste durch Danny Ings, der aber leider Gottes mit den Nerven vor Fernando Muslera scheitert. Aufpassen, Eder jetzt. Aufpassen, Eder mit dem 1 zu 0 für Swansea. In der 37. Minute das 1 zu 0 auf Seiten der Gastgeber. Und da merkt man schon, der FC Liverpool hat immer, was Rotation angeht, seine Probleme, wenn es dann rangeht, gegen etwas hartnäckigere... Und da merkt man schon, der FC Liverpool hat Probleme, was die Rotation angeht. Wenn es dann wirklich gegen etwas hartnäckigere Gegner rangeht, wie Swansea City nun mal einer ist, dann kann man schon mal die Probleme haben mit viel Rotation mit der Dreierkette, wo gerade mal ein Innenverteidiger drin ist. Also dazu noch eine sehr offensive Ausstellung und Eder mit seinem dritten Saisontor. Und Amat mit dem nächsten großen Patzer, diesmal Danny Ings aber mit dem Ausgleich. Diesmal hat es funktioniert. Fernando Muslera war sich da schon zu sicher, den Ball aufnehmen zu können. Und Danny Ings ist dafür bekannt, ein sehr paciger Stürmer zu sein. Und Amat hier wieder mit dem Fehler. Diesmal gut rangegangen von Danny Ings, Origi mit der Vorarbeit. Und Danny Ings vor Fernando Muslera am Ball und ins Tor hinein damit. Der Ausgleich hier im Liberty Stadium verdient für den FC Liverpool. Und das Ganze feiert man natürlich hier vor den Fans, die mitgereist sind. Ins Liberty Stadium extra von England nach Wales hier mitgereist, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Danny Ings mit bereits Saisontreffer Nummer 4. Und wieder lässt sich die Defensive hier sauber attackieren. Norton diesmal im Kriechen kann er gerade noch so den Ball wegspielen. Und hier auch wieder Jordan Eib, also das frühe Pressing hier auf Seiten der Gäste. Bringt momentan wirklich sehr viel gegen die Waliser. Hat man schon zweimal gesehen, einmal hat es auch sogar zum Tor geführt. Und jetzt hier gut durch die Lücke gesteckt. Eder wieder vor Dragowski und der mit einem super Reflex. Und James Milner gleich an zwei Grätschen vorbei. James Milner mit der Vorarbeit für Christian Betteke. Christian Betteke und Muslera, das kann es doch jetzt nicht sein. Und es ist tatsächlich das dritte Unentschieden hintereinander weg für den FC Liverpool hier im Liberty Stadium. Und wieder hat er einmal Christian Betteke die Möglichkeit auf seinem Fuß. Wieder hat im letzten Fall Chesney, in diesem Fall Fernando Muslera, Unglaubliches geleistet. Und um das Ganze nochmal zu verhindern, Danny Ings, einer der Torschützen. Neben Eder, der das 1 zu 0 erzielt hat, Danny Ings mit dem 1 zu 1. Und eigentlich wäre hier auch ein 2 zu 1 angebracht gewesen. Aus Sicht vom FC Liverpool, aber wieder nur das Unentschiedene. Mal schauen, wie es nach dem Spieltag hier in der Tabelle aussehen wird. Tatsächlich ist der Vorsprung nach zwei Unentschieden, nee sogar drei Unentschiedene, einfach mal auf sechs Punkte sogar gewachsen. Das heißt, dass in diesen zwei Spielen unsere Verfolger einfach keine Punkte mitgenommen haben. Und jetzt auch nochmal das Heimspiel gegen Bournemouth. Das sollte jetzt aber wirklich den Sieg geben. Jetzt natürlich auch noch mit der besten Elf. Sollte das Ganze was werden mit dem Sieg. So, 25 Minuten gespielt. Coutinho mit dem 1 zu 0, der ist auch einer der Top-Torschützen. Wir haben zwar keinen Torschützen unter den Top-Dreien, aber wir haben sehr viele gute Torschützen. Reus unter anderem auch einer von ihnen, sowie auch Roberto Firmino und Christian Betteke. Rejan mit dem 3 zu 0, Wanderson mit dem 3 zu 1 und so endet das Spiel 3 zu 1 durch Tore von Coutinho, Reus und Emre Can. So, die Transferphase ist jetzt schon geöffnet. Am 1. Januar haben wir aber auch noch tatsächlich ein Spiel gegen die Doncaster Rovers im FA Cup. Ein Heimspiel an der Enfield Road, was wir denke ich mal auch locker simulieren können. Also das wird jetzt natürlich nicht zum Standard werden, dass ich so viele Spiele simuliere. Aber es waren auf jeden Fall einige Spiele, wo man einfach sagen kann, dass sie nicht so interessant sind in einem Monat. Und da eh in der nächsten Episode es dann mit dem Transfermarkt losgeht, kann man das Ganze denke ich mal machen. Hier Betteke mit gleich zwei Toren in der 21. und in der 30. Minute. Ich denke mal, man kann das Ganze jetzt hier auch überspringen. Am Ende noch ein Tor von Roberto Firmino zum 3 zu 0. Und dann würde ich sagen, war es das für die heutige Episode der FIFA 16 Karriere mit dem FC Liverpool. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich werde einige Transfervorschläge wieder lesen können unten in den Kommentaren. Gerne auch Vorschläge für Spieler, die wir verkaufen sollen unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und bis dann. Haut rein und ciao.